Lasst euch nichts erzählen, Klicks und sowas sind alles dreckig egal. Was wichtig ist, ist Buffkerze während dem Spielen ist der nächste High-Level-Shit, Freunde. Was geht? Lumpi am Start und jetzt machen wir erstmal unsere normale Begrüßung. Willkommen zurück, meine lieben lumpigen Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch lumpig werden wollen. Ihr seht schon oder habt es im Titel schon gelesen, die Kerzen-Camp ist heute am Start. Liegt einfach daran, ich wusste nicht, was ich heute aufnehmen sollte. Ich hatte hier diese Kerze am Start, die war sowieso an und dann dachte ich mir, ja komm Digi, machst du mal die Kerzen an. Und ich würde sagen, die Kerze steht einfach dafür, dass wir diese Runde hier gewinnen, sozusagen in Andenken an all unsere Gegner, die wir hier ballern. Beziehungsweise rieche ich auch einfach hier diesen Aloe-Water-Vera-Duft von dem Bums und dadurch wird man auf jeden Fall einfach besser, Freunde. Dadurch wird man einfach besser in Bad Wars. Lasst euch nichts erzählen, Klicks und sowas sind alles dreckig egal. Was wichtig ist, ist Duftkerze während dem Spielen ist der nächste High-Level-Shit, Freunde. Wenn ihr mehr Bad Wars-Tipps und Tricks von mir haben wollt, sagt mir einfach Bescheid, dann kann ich euch natürlich so qualitative Bad Wars-Tipps und Tricks gerne wieder mehr mitgeben. Ist auch gar kein Problem, da packe ich einfach was aus meiner Trickkiste sozusagen aus. Da fällt der Junge auch schon runter. Eieiei, zum Glück brennt die Kerze schon für ihn. Das sieht auch richtig geil aus, wie da diese Reflexion von diesem Kerzenschein irgendwie sich da so spiegelt, dieses Blaue. Finde ich irgendwie schon ziemlich nice, muss ich sagen, Freunde. So, jetzt mal hier kurz abchecken. Checken wir mal ganz kurz den nächsten. Zack, zack, so. Hauste rein. Weg, weg, weg. Ich möchte gerne den Kill. Dankeschön dafür. Sehr gut, sehr gut, perfekt. Was? No way. Neue Runde. So, Freunde, neue Runde am Start und ich wollte auch mal eine Sache fragen. Und zwar habe ich ja jetzt die letzten zwei Videos auf dem Narux Ray-Server gebracht. Und zwar würde ich gerne serverseitig einfach ein bisschen Abwechslung bieten in meinen Videos. Das heißt, nicht mehr nur noch Revi oder Revi und Gomme, sondern halt auch ein bisschen Narux Ray-Server und auch ein bisschen Gomme. Ich würde einfach gerne mal wissen, was euer Lieblings-Server aktuell ist für Bad Wars. Und ich denke mal, ich werde hier einfach so eine Abstimmung reinklatschen. Dann könnt ihr da einfach mal abstimmen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, Freunde. So, jetzt checken wir den hier mal ganz kurz aus. So, haust er da rein. Danke für das Schmitt-Spieler da rein. Aber der ist noch gar nicht down, Freunde. Mal kurz aufpassen hier. Kurz einmal hier so reinstellen. Zack. Sehr gut. So weit, so gut. Pam, pam, pam. Ah, da kriegt der Junge mich nochmal. Da kriegt der Junge mich nochmal. Junge, 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 Junge. Von Monsieur Knudelik. Das ist auf jeden Fall ein waschechter Franzose, dieser Name. Monsieur Knudelik. Oh mein Gott. You're so knudelik, Monsieur Knudelik. Es gibt immer wieder Leute, da frage ich mich einfach nur, wie kommt man auf so einen Namen? Und Monsieur Knudelik ist auf jeden Fall einer von diesen Namen. Mal kurz aufpassen hier. Sehr gut. Zack, 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 zack. Sehr gut. Hier müssen wir das dann abbauen. Passt, Freunde. Sehr gut. Jetzt einmal hier unten abbauen, damit er uns nicht schlagen kann. Und dann bekommt der Junge hier auch sein verdientes Rundenausdange, das du mitgespielt hast. Die Kerze brennt immerhin weiter. So läuft es, Freunde. Zack, zack. Jetzt müsste der doch mal down gehen. Jawohl, jawohl, jawohl. Huh, da sind wir auch noch selber fast down gegangen. Das ist aber eher uncool. So, pass auf. Zack, zack, so. So, Fastbridge läuft auch wieder ein bisschen besser, Freunde. Ich streame aktuell auch relativ häufig. Vielen, vielen Dank da auch für diese ganze Liebe, die ich da aktuell appreciate. Das sind immer so unfuckbar, unfuckbar fassigen viele Menschen aktuell in meinen Livestreams. Das ist auf jeden Fall einfach nur krass. Deswegen gerne auschecken, gerne die Glocke anmachen, Freunde, damit ihr sowas nicht verpasst. Weil ich lese, wie immer, ich hab das nicht mitbekommen, dass du gestreamt hast. Ja, Freunde, Glocke anmachen. Dann dürftet ihr sowas eigentlich nicht mehr verpassen. Außer, wenn YouTube da mal wieder irgendwie seine Tage hat und sich so denkt so, hm, nö, Digga. Ja, die Benachrichtigung, ja, wäre ganz nice, wenn ich die schicken würde, aber ich sende die einfach mal nicht raus. Deswegen aber safe gehen, Glocke reinmachen, Freunde. Dann klappt es schon. So, Konter. Ah, ne, ist es, ja, ist wahrscheinlich aber nicht irgendwie der echte oder so. Es gab ja mal irgendwie, ich meine jetzt nicht Kicking Konter, sondern es gab ja irgendwie so eine Bedrosch-Legende mal, die hieß auch irgendwas mit Konter. Ähm, ich glaube jetzt aber nicht, dass der das ist. Wäre schon ziemlich krass. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, falls das irgendwie doch so sein sollte. Ähm, so, mal checken, ob wir das jetzt irgendwie noch über die Bühne kriegen. Soweit so gut, würde ich behaupten. Okay. So, bisschen gedroppt. So. Soweit so gut, Freunde. Immerhin noch. Oh, Freunde. Freunde, der leichten und seichten Unterhaltung. Nein! Gut, Freunde. Das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein lumpigen Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt auf jeden Fall. Lumpig, haut rein. Ciao!